Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. In diesem Teil geht es um den Aufbau von einem Stellpult. Das Stellpult brauche ich, um im Abstellbahnhof die Weichen und Signale zu stellen. Und wie ich das Stellpult aufgebaut habe, das zeige ich euch in diesem Film. Zu den Materialien. Ich verwende hier 10 mm Spanholz und 5 mm Hartfaserplatten. Das Spanholz bildet den Rahmen und die Hartfaserplatten, den Boden und den Deckel. Wie ihr seht, sind die Teile schon zugeschnitten. Die Seiten sind abgeschrägt. Die haben das Maß an der hinteren Seite sind so 10 cm hoch und vorne 5 cm. Und in der Rückwand ist ein rechteckiges Loch und da kommt später die Steckverbindung ran für die Modellwand. Und jetzt werden die Seitenteile aufgeleimt. Wenn der Holzleim getrocknet ist, werden die Ecken meines Stellpultes mit Holzleisten verstärkt. Hier seht ihr diese Holzleisten. Das sind so dreieckige Zierleisten, die ich zugeschnitten habe. Und die klebe ich jetzt mit Holzleim in die Ecken. Diese dreieckigen Leisten in den Ecken machen es nachher auch einfacher, die Löcher zu bohren, in die die Schrauben kommen, die den Deckel halten. Und als nächstes kommt noch ein Kantholz auf die Rückwand. Durch dieses Kantholz hat man nachher einen Anschlagpunkt für den Deckel. Dadurch lässt er sich leichter ausrichten. Und so sieht mein Stellpult jetzt aus. Die Ecken und Kanten habe ich abgeschliffen und als nächstes kann das Pult weiß lackiert werden. Nach dem Lackieren sieht das Pult jetzt so aus. Dann werde ich als nächstes den Deckel auflegen und ausrichten. Und dann werden die vier Löcher gebohrt, durch die die Schrauben kommen, die den Deckel mit dem Kasten verbinden. Für das Bohren der Löcher verwende ich einen 2,5 mm Bohrer. Das Vorbohren hat den Grund, damit das Holz nicht reißt, wenn die Schrauben eingedreht werden. Die Löcher sind gebohrt, dann kann ich jetzt die Schrauben eindrehen und den Deckel auf dem Kasten befestigen. Anschließend kann man noch die Kanten etwas abschleifen, damit die Übergänge schön passen. Dann werden die Kanten von dem Deckel noch weiß angemalt. Und dann kann es dran gehen, das Gleisbild aufzuzeichnen. Und hier seht ihr einen Teil des Gleisplanes, habe ich schon aufgezeichnet. Man sieht auch die Signale und die gebohrten Löcher. Die kleinen Löcher, das sind 3 mm Löcher für die LEDs. Die großen Löcher, das sind 7 mm Löcher und die sind für die Drucktaster. Und so sieht mein Gleisplan komplett aufgezeichnet aus, inklusive der Signale. Und dann kann ich als nächstes die ganzen Taster und LEDs einbauen. Und das Ergebnis sieht man hier, Taster und LEDs sind eingebaut. Und wenn man das Pult, den Deckel jetzt gegen das Licht hält, dann sieht man die verschiedenen Farben der LEDs. Und so sollen dann später auch die Signale leuchten. Und jetzt geht es wieder an die lästige Arbeit mit dem ganzen Verkabeln. Da das ziemlich zeitaufwendig ist, zeige ich euch das nur in einzelnen Fotos. Die Kabel sind jetzt alle verlegt. Auf dem Bild sieht man auch, dass ich das Pult etwas erweitert habe, da ich im Eifer des Gefechts das Stellpult für die Überleitstelle vergessen habe. Und da da ja nur ein paar Taster rankommen und keine Signale stehen, habe ich das Pult für den Abstellbahnhof einfach vergrößert. Und habe noch ein kleines Bild für die Überleitstelle dazu gemalt. Und natürlich auch die Taste eingebaut. Da jetzt alle Kabel verlegt sind, fehlt nur noch der Stecker, mit dem dann später die Verbindung zum Modul hergestellt wird. Und für diese Verbindung verwende ich einen 50-polischen Sub-D-Stecker und einen 25-polischen. Also insgesamt 75 Pins, also 75 Kabel, die vom Modul zum Stellpult bzw. umgekehrt verlegt werden können. Gebraucht werden allerdings, wenn ich richtig gerechnet habe, nur 68 Pins, das heißt ich habe 7 Pins in Reserve. Für das Anlöten der Kabel habe ich mir hier einen Belegungsplan gemacht, damit ich auch später noch nachvollziehen kann, welcher Anschluss welches Kabel hat und welche Funktion. So, hier seht ihr, die Steckverbindung ist angelötet. Eine fehlt noch. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, baue ich zwei Trafos in das Stellpult ein. Das eine ist ein 15 Volt Wechselstrom-Travor für die weichen Antriebe und das andere ist ein 12 Volt Gleichstrom-Travor für die LED-Beleuchtung. Die beiden Trafos werden so an einer Stelle platziert, dass der Deckel sich bequem schließen lässt und am besten noch ein bisschen Luft hat. Über das weitere Vorgehen, wie ich die beiden Trafos an den 220 Volt Stecker angeschlossen habe, möchte ich jetzt nicht eingehen. Denn das ist nur etwas für Leute, die sich auskennen. Bevor es zu Verletzungen etc. kommt, lasst es lieber von einem Fachmann machen. Und so sehen die eingebauten Trafos dann aus. Ich habe sie 220 Volt seitig zusammen angeschlossen und die Ausgangsseite habe ich an sogenannte Radioklemmen angelötet. Die beiden Sub-Tischdecke von dem Deckel des Pultes habe ich auf eine Platte geklebt. Das ist eine Hartfaserplatte, 4 mm stark. Und diese Platte wird mit dem Kasten verschraubt. Mein Pult ist jetzt fertig. Hinten die festgeschraubte Platte mit den Sub-Tischdecke-Verbindungen. Und vorne sieht man, dass die Kabel mit den Radioklemmen verbunden sind. Dann wäre das Pult soweit fertig. Hier nochmal das Pult von hinten mit dem Anschlusskabel und den beiden Steckverbindungen. Und dann kann ich jetzt weitermachen mit dem Verkabeln von meinem Modul Abstellbahnhof. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020